hey freunde was geht momo hier willkommen zu einem weiteren video von mir und heute geht es um den homepod mini den habe ich mehrmals hier im einsatz und heute zeige ich euch wie ich das ganze nutze im büro habe ich das ganze einmal in weiß den homepod mini den nutze ich hier als musik abspiel lösung aber halt auch als schaltzentrale für alle smarten dinge hier und natürlich habe ich im office auch paar smarte produkte die ich ansteuern muss und der homepod mini ist apples günstigste lösung um in diesen home kit ökosystem einzusteigen und wie gesagt ich habe das hier einmal im büro im einsatz und zu hause im stereo paar an meinem tv und soundtechnisch muss ich sagen bin ich super zufrieden der homepod klingt 1a für die größe für den preis kann man wirklich nicht meckern man kriegt den auch in guten konditionen auch mal bei paar deals geschossen ich nutze das ganze hier zum beispiel wenn ich unterwegs bin etwas auf meinem smartphone höre hier ankomme einfach das zu übergeben ist super einfach ihr nehmt euer smartphone haltet es über den homepod mini und wenn ihr das gemacht habt ist der sound einmal übergeben und ihr hört nahtlos auf eurem gerät weiter wenn ich dann hier zum beispiel durch bin mache ich das ganze dann einmal in rückwärts nimmt mein handy halt es drüber und schnapp mir den sound um dann das ganze auf meinen airpods weiter zu hören es ist super praktisch den homepod mini auch als homekit zentrale zu nutzen also ihr habt damit die möglichkeit auch homekit fähige geräte anzusteuern im internet zu hinterlegen und in der home app dann zu nutzen der homepod mini ist nicht das einzige produkt was als schaltzentrale genutzt werden kann es könnte auch ein apple tv genutzt werden ich habe hier ein homepod mini weil das halt das günstigste ist es kommt aber auch mit ein paar tücken die ich euch jetzt einmal erkläre wenn ihr zwei unterschiedliche standorte habt also wie ich das büro und meine eigenen vier wände zu hause und dort homepod minis als schaltzentrale integriert habt da funktioniert die übergabe nicht immer reibungslos das heißt ich stehe hier im office spreche mein homepod mini an um die lichter zum beispiel anzusteuern und habe das problem dass mein homepod mini denkt ich bin immer noch zu hause der standort wurde nicht korrekt übergeben das ist ein problem was ein homepod mini spezifisches problem ist ich dachte erst mal das lag irgendwie an mir und den einstellungen aber nein meine recherchen haben ergeben dass es ein bekanntes problem des homepod minis ist dass dort die übergabe nicht reibungslos funktioniert meine lösung aktuell ist eine diy lösung die jetzt nicht optimal ist ich habe jetzt bei meinem homepod mini hier im office eine smarte steckdose zwischen geschaltet wenn ich zum beispiel zu hause bin und der standort nicht vernünftig übergeben worden ist dann kaffe ich die stromverbindung und lasse das ganze neu verbinden und dann habe ich die probleme meistens gelöst ist aber jetzt keine optimale lösung und apple muss definitiv dort eine lösung finden ich bin vom sound sehr zufrieden es gibt ein paar tippen die apple definitiv angehen muss aber wenn ihr nur einen standort habt ist es definitiv eine coole lösung um euer smart home zu erweitern um an unterschiedlichen orten gut musik zu hören und ja falls dir das video gefallen hat dann schreibt mir in die kommentare wir sehen uns im nächsten video und bis dahin